Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Xempos Academy. Heute werden wir uns mal einem sehr wichtigen Thema widmen, nämlich der Vorbereitung auf die Arbeitnehmergespräche, auf die Arbeitnehmerberatung, wie auch immer sie dann stattfindet. Und dafür habe ich mir heute Mr. BAV eingeladen. Martin, schön, dass du da bist. Ein sehr erfahrener BAV-Experte und eben Mr. BAV. Und mit dir hätte ich mich gerne mal über dieses Thema Vorbereitung auf Arbeitnehmergespräche unterhalten, weil ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel säen, um dann nachher auch ernten zu können in dem Zusammenhang. Jetzt stellen wir uns vor, das Projekt Setup beginnt. Wir haben irgendwie eine Versorgungsordnung zusammen mit dem Arbeitgeber und einem Fachexperten da arbeitet. Und jetzt geht es darum, dass natürlich die Mitarbeiter darüber informiert werden sollen. Da gibt es ja verschiedene Kanäle. Früher hatten wir mal was an schwarzer Brett gehängt. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Was wären denn so deine ersten Schritte? Wo sagst du, darauf sollte man besonders achten? So auch verpflichtende Arbeitnehmergespräche oder lieber ein unverbindliches Angebot sind ja alles solche Themen. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da Rede und Antwort stehen zu können für euch. Und aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass der Arbeitgeber sich erst mal ganz klar auch committet, wie wichtig ihm das Thema BAV ist, dass er also auch alle möglichen Kanäle öffnet und dann ist erst mal das Feld sozusagen geebnet, auf dem man dann die entsprechenden Dinge sehen kann. Und was du gesagt hast, da hat sich ein bisschen was entwickelt. Also der Aushang am schwarzen Brett ist vielleicht, wenn man in einem produzierenden Unternehmen tätig ist, immer noch auch ein probates Mittel, aber abgelöst von vielen anderen modernen Dingen. Und aus meinem Erfahrungsbereich und wir haben sehr viel mit Firmen zu tun, die IT-lastig sind. Das heißt also, bei fast allen unseren Kunden gibt es immer auch einen PC-Arbeitsplatz und ein tägliches Doing mit der EDV, sodass man da Kanäle ganz anders bespielen kann. Und wichtig ist, dass der Arbeitgeber informiert. Das ist aus meiner Sicht, steht ganz weit oben. Und dass wir auch vom Arbeitgeber eingeführt werden. Dass also ganz klar den Mitarbeitern bekannt ist, dass wir im Prinzip nur das erzählen, was er eigentlich auch selber erzählen könnte, aber wo er uns eben als Dienstleister eingeschaltet hat. Das ist so die erste Ebene. Und dann versuchen wir, Multichannel natürlich auch zu nutzen. Und das geht über eigene Intranet-Seiten, über Slack, über Confluence, über andere interne Tools, die diese Firmen nutzen. Und am Ende sollte immer ein individuelles Beratungsgespräch stehen. Das heißt, an diesem individuellen Gespräch hältst du auf jeden Fall fest. Das kenne ich schon nicht anders. Absolut. Ich denke, es sind einfach sehr unterschiedliche Fragen, auch von den Mitarbeitern, die ich vielleicht nicht über irgendeine Standardinformation beantworten kann. Wenn wir über Mitarbeiterinformation sprechen, du hast ja jetzt verschiedene Kanäle genannt, kann man das individualisieren? Also, dass man Mitarbeiter gezielt anspricht über eine individualisierte Informationsstrecke? Weil so ein Aushang am schwarzen Brett, wenn man den jetzt mal im Vergleich nimmt, dann ist das halt statisch. Da hängt was, das ist für jeden gleich. Ja, natürlich kann man das. Und dafür bietet sich tatsächlich auch euer Tool an. Arbeitnehmer-Infoportal nennt sich das. Das wird im Firmendesign auch ausgeliefert. Das heißt also, da ist das Logo von der Firma drin. Das sind die Corporate-Identity-Farben, die das Unternehmen hat. Das heißt also, es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass es vom Unternehmen kommt. Das ist ja dann wieder die Botschaft, das Unternehmen informiert eigentlich und nicht der Vermittler an der Stelle. Das ist aus meiner Sicht wirklich ganz wichtig, dass das deutlich wird, dass den Mitarbeitern ein Angebot vom Arbeitgeber gemacht wird und wir nur die Berater sind, die dann als Erfüllungsgehilfe auch im weitesten Sinne diese Gespräche führen. Und dafür sind da natürlich tolle Tools, die aus eurem Hause kommen, standardmäßig auch seit vielen, vielen Jahren bei mir im Einsatz. Und das ist am Ende das Ziel. Du hast eben die Frage gestellt, ob wir verpflichtende Arbeitgebergespräche haben. Da positioniere ich mich klar und sage, da halte ich nichts davon. Ich finde, dass BAV eine Magnetwirkung entfalten sollte und nicht über Druck entsprechend an die Belegschaft ausgeliefert wird. Und wenn du dich für etwas entscheiden musst, was du nicht willst, also ich hoffe, du weißt, was ich meine, wenn du quasi negativ etwas ablehnst oder beziehungsweise negativ bestätigen musst, nee, das will ich nicht, dann hast du, egal was das ist, immer ein ungutes Bauchgefühl. Und dieses ungute Bauchgefühl verbreitet sich in der Belegschaft. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, dass eine Stimmung ins Unternehmen kommt, da musst du was unterschreiben, auch wenn du das nicht willst. Was die Leute sprechen, das kriegen wir ja gar nicht mit. Und ich will, dass das positiv belegt wird, dass die Leute sagen, hast du auch schon eine Beratung gehabt? Ja, nee, aber ich habe bald einen Termin oder sowas. Das ist das, was ich gerne erreichen möchte. Und das geht nur, indem es positiv aufgeladen ist. Und verpflichtende Termine kann keine positive Aufladung sein. Das heißt, das Angebot muss eigentlich nur gut genug sein, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit gerne beschäftigen wollen auch. Und dann brauche ich diesen Druck natürlich auch gar nicht. Jetzt haben wir über verschiedene, ja, ich sage mal, Mitwirkende gesprochen. Betriebsrat zum Beispiel ist gerade gefallen oder ähnliche. Gibt es Mitarbeitergruppen, wo du sagst, mit denen würdest du primär anfangen? Die sollten so eine Art Vorinformation schon mal bekommen. Damit sie dann eben auch entsprechend dahinterstehen und gute Stimmung dazu machen. Also, hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Wir haben Kunden von unterschiedlichen Mitarbeitergrößen. Und wenn du ein kleines Unternehmen hast, dann kann man das auch ohne die Vorabinformation von irgendwie ein, zwei Leuten machen. Wenn du allerdings größere Einheiten hast, dann bietet es sich immer an, die sogenannten Multiplikatoren für dich zu gewinnen und für die Sache zu gewinnen und vor allem auch für die Sache. Das geht gar nicht so sehr darum, dass sie dich mögen oder den Berater irgendwie gut finden, sondern es geht darum, dass sie das erkennen, dass der Arbeitgeber eben ein solch wunderbares Angebot macht. Und das kann der Betriebsrat sein, das können aber auch Führungskräfte sein. Das muss man individuell mit dem Arbeitgeber abstimmen. Die wissen das eigentlich ganz gut. Und da bietet sich dann natürlich an, eine Vorabinfo an diese Mitarbeiter dann zu liefern oder eben auch die in den Beratungen vorzuziehen, um zu sagen, wenn die das wissen, dann können die das ganz anders multiplizieren. Ja, ich glaube, Flurfunk ist nicht zu unterschätzen in keinem Unternehmen. Da glaube ich, kann man sich auch am Anfang schon böse die Finger verbrennen, wenn man da ein paar Fehler macht. Wenn du jetzt in so ein Mitarbeitergespräch einsteigst, also nennen wir mal an, Mitarbeiterin, Mitarbeiter hat sich informiert über ein Arbeitnehmerinfoportal, über einen Eintrag im Intranet oder ähnliches. Dann vereinbart ihr einen Termin. Ist das, ich meine, das hängt wahrscheinlich auch wieder von der Unternehmensstruktur ab, ob jetzt jeder seinen eigenen Termin macht oder ob das von irgendwelchen Teamorganisationen quasi vorterminiert wird. Hast du da auch irgendwelche Tools, mit denen du arbeitest, so mit freien Slots? Gibt es ja, was ich, ohne Namen zu nennen, da verschiedene Dinge, wo man sich quasi feste Fenster blockt dann für diese Firma und dann können die sich selbstständig eintragen? Ja, wir probieren da mehrere Sachen aus, immer in Abstimmung mit dem Arbeitgeber. Die besten Erfahrungen haben wir tatsächlich gemacht mit, wir kriegen die Info, dass sich jemand beraten lassen möchte und wir koordinieren dann die Termine. Das hat sich im Übrigen auch ein bisschen natürlich durch Corona gewandelt, weil inzwischen, ja, also zwischendurch waren es mal 100 Prozent der Beratung. Inzwischen sind es wahrscheinlich nur noch 80 Prozent der Beratung finden online statt. Das heißt also, ich sitze den ganzen Tag auch vor einer Kamera und berate am Rechner und da hat sich bei uns bewährt, dass meine Assistenz, also in meinem Team, die Anfragen, die von den Mitarbeitern an uns herangetragen werden, an uns gestellt werden, dass die dann entsprechend terminiert werden. Das geht auch gar nicht mehr um Beratertage oder sowas, sondern es geht einfach immer, wenn ein freier Slot auch in meinem Kalender… Super flexibel dadurch, ne? Ja, das ist viel flexibler geworden. Es brauchen keine Raumbuchungen mehr vorgenommen zu werden oder so, sondern man einigt sich und das ist vielleicht auch eine wichtige Frage oder eine wichtige Antwort auf deine Frage. Es geht darum, wie ist das Grundsetting auch von der Videoberatung? Da drücken wir nicht den Arbeitgebern auf, was wir gut finden, sondern wir versuchen, das System zu nutzen, was der Arbeitgeber sowieso schon hat. Und das hat sich auch ganz gut etabliert und ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr guter Prozess, den wir intern haben. Also Mitarbeiter meldet sich wegen der Beratung, wir terminieren, ich führe die Beratung durch und das ist quasi der komplette Prozessschritt. Wir nutzen aber auch diese von dir genannten Tools, die wir dann einer Firma exklusiv auch zur Verfügung stellen, dass nur diese Termine im Kalender ersichtlich sind und wo sie sich dann selber dann auch einbuchen können. Das ist eine Möglichkeit, was wir auch manchmal haben. Das ist bei den Präsenzterminen früher häufiger gewesen, das haben wir jetzt gar nicht mehr so häufig, dass wir das bei der Firma lassen, dass die terminieren. Das ist natürlich, wenn du einen Präsenztag hast, was anderes, dann sagst du, ich bin halt nächste Woche Donnerstag bei euch und bitte schaut doch, wer da die Beratung gerne haben möchte. Ist aber tatsächlich so ein bisschen abgelöst worden durch die Abstimmung, die wir dann quasi mit meinem Team zusammen machen. Jetzt hast du gesagt, 80, 90 Prozent der Termine digital. Da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Einmal hat sich dein Beratungsablauf und deine Beratungsvorbereitung dahingehend verändert, weil Termine jetzt eben nicht mehr vor Ort in der Firma, in dem Raum physisch stattfinden. Und wie würdest du es bewerten? Ist es eher eine positive Veränderung oder vermisst du Dinge, die man in einem persönlichen Gespräch vielleicht eher mal vorfindet als in einer digitalen Beratung? Also in der Vorbereitung ist es natürlich etwas anderes, wenn ich irgendwo hinreise und brauche das Ganze drumherum, wie komme ich hin, wie bin ich untergebracht, wenn ich vielleicht eine Übernachtung brauche oder so. Also das hat sich natürlich erledigt eigentlich. Von daher ist das definitiv einfacher geworden, weil man einfach in meinem Kalender gucken kann, wann ist da eine Stunde Zeit und kann dann die Beratung durchführen. Auf die Frage, ob ich das vermisse, muss ich ganz klar mit Ja antworten. Ich vermisse das. Ich bin jemand, der gerne im Außendienst unterwegs ist und zwar nicht so sehr, weil man quasi nach der Arbeit irgendwelche spannenden Sachen macht, sondern weil man in einem Raum, so wie wir ja jetzt auch in einem Raum sitzen, das ist einfach, ist und bleibt was anderes, wenn zwei Menschen miteinander interagieren. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, das werden irgendwelche Sachen auch unterbewusst übertragen, die eben über die Kamera nicht übertragen werden können. Deswegen ist das immer noch meine bevorzugte Beratung. Aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht darum, was beim Kunden auch wichtig ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie empfinden das Mitarbeiter? Genau. Die Mitarbeiter lieben aus meiner Sicht tatsächlich die Erfahrung, die Online-Beratung, die auch vielleicht, und das ist das, warum es vielleicht mir wieder nicht so gut gefällt, ein bisschen unverbindlicher ist. Weil wenn du jemanden schon mal wirklich direkt in die Augen geguckt hast oder du hast ihn nur am Bildschirm gesehen, der Abstand ist vielleicht hunderte Kilometer, dann ist vielleicht die Verbindlichkeit auch eine andere. Das heißt also, ich bevorzuge weiterhin die Vor-Ort-Beratung, auch wenn es für mich mehr Aufwand bedeutet, also von den Reisen her, das ist eine riesen, riesen Zeitersparnis. Und nachdem jetzt die ganzen Reisebeschränkungen auch aufgehoben wurden, habe ich mich sehr gefreut, wieder zum Kunden zu fahren. Allerdings das, was man so als Reisender gerade erlebt, schreckt mich doch auch wieder ab, weil es keine Planbarkeit mehr gibt. Das heißt also, wir versuchen da jetzt so ein bisschen auszutarieren, was eine sinnvolle Lösung wirklich auch für alle Beteiligten ist. Denn wenn ein Flug ausfällt oder eine Bahn ausfällt, ich schaffe das ja dann gar nicht, meine Zusagen zu einem bestimmten Tag dann auch zu halten. Und das ist auch neu. Das war vorher anders. Und da versuchen wir gerade herauszufinden, was wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was können wir tatsächlich auch ohne Schwierigkeiten liefern. Und ja, wir werden sehen, wo das hinführt. Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal auch, wenn ich raus darf und wenn der Kunde auch sagt, dass er mich sehen möchte. Am Ende ist die Abschlussquote tatsächlich auch ein bisschen höher. Ja, die Verbindlichkeit, wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich nochmal eine andere in einem persönlichen Gespräch. Da gegenüber steht halt einfach die Flexibilität und die Effizienz, wenn man nicht reisen muss. Ich glaube, da muss auch jeder selber sein perfekter Setup finden, was sowohl zum Vermittler als natürlich dann auch zum Arbeitgeber und zum Arbeitnehmer passt. Früher bei persönlichen Gesprächen kannte ich es immer vor Ort beim Arbeitgeber. Dort wurde ein Raum gebucht, dann kamen die Mitarbeiter entsprechend rein, 10, 15 Gespräche am Tag. Danach wusste man, was man getan hat. Und dann fand das natürlich während der Arbeitszeit statt in den üblichen Fällen. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Hast du eher mal einen Termin um 19, 20 Uhr, wenn der Mitarbeiter schon zu Hause ist und sagt, ach wunderbar, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mich zurücklehnen und mich mit dem Thema beschäftigen? Oder ist es dann eher so, dass der Mitarbeiter vor seinem Gerät, vor seinem PC am Arbeitsplatz sitzt? Ja, ich würde das nicht ablehnen, auch Termine um 19 oder 20 Uhr zu machen. Es ist tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube in den letzten fünf Jahren vielleicht dreimal vorgekommen oder so, dass jemand das so wollte. Das kläre ich aber auch in diesem Grundsetting, was wir ja eben schon mal besprochen haben, mit dem Arbeitgeber ab. Wenn es denn sein Programm ist, und das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass er nicht sagt, ja, wir müssen da irgendwas machen und dann mach du mal, du Vermittler, du. Sondern das ist seine BAV und das ist mein Anliegen, dass ich eben in seinem Sinne dann auch agiere. Und dann ist für mich selbstverständlich, dass das während der Arbeitszeit passiert. In ganz wenigen Ausnahmenfällen müssen dann die Mitarbeiter das sich irgendwie privat verrechnen, irgendwie ausstempeln oder sowas. Wobei wir das mit dem Stempeln ja in den Unternehmen, die wir haben, gar nicht mehr so kennt. Das ist ja Vertrauensarbeitszeit und so weiter. Aber das ist tatsächlich der Standard, dass die Leute das an ihrem Arbeitsplatz machen, ob der jetzt zu Hause im Homeoffice oder tatsächlich wieder in einem Präsenzoffice ist. Das ist mir dann am Ende auch nicht wirklich wichtig, sondern wichtig ist, dass die Leute wissen, das ist ein Angebot des Arbeitgebers, dass die diesen Kontext sehen. Das bringe ich auch im Gespräch und dann stellt sich meistens die Frage nicht, ob das dann um 19 oder um 20 Uhr ist, weil dann haben die einfach auch Feierabend und wollen den auch genießen. Und das finde ich auch gut und auch völlig legitim. Ja, also ich frage das deswegen, weil natürlich viele unserer Zuseher doch eher im Privatgeschäft zu Hause sind. Und da ist es durchaus mal üblich, wenn jemand bis um 18 Uhr arbeitet, dass man dann den Termin mit dem Versicherungsberater halt um 19 oder 20 Uhr macht. Und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Insofern war das auch einfach nochmal wichtig herauszuarbeiten, zu sagen, okay, es hat sich eigentlich nur das Medium oder der Kanal verändert. Die Gespräche selber finden eigentlich im selben Rahmen statt, nur dass sich eben nicht mehr zwei Menschen gegenüber sitzen. Ja, ich nutze auch das gleiche Tool wie vorher. Vorher habe ich halt entweder meinen Bildschirm umgedreht oder wir haben uns nebeneinander gesetzt, dass man zusammen auf den Bildschirm schauen kann. Oder ich habe die Möglichkeit genutzt, wenn irgendwie ein Bildschirm oder ein Beamer in dem Raum war, dass ich das auf dem Beamer gespielt habe oder auf dem Bildschirm. Aber eben, dass man trotzdem in einem Raum sitzt. Das geht inzwischen auch mit dem Corona-Abstand oder so, dass man in einem Raum sitzt und dann vielleicht irgendwie einen Zusatzmonitor nutzt. Und das mache ich auch weiterhin so. Im Unterschied zu den Privatberatern, das habe ich übrigens auch viele, viele Jahre gemacht, bevor ich mich vor fast 20 Jahren in die BAV gestürzt habe. Das ist so lange her. Ja, das ist schon sehr lange her. Da habe ich auch drei Termine am Abend gehabt, übrigens nach einer normalen Arbeit. Und habe dann, also auch nach meiner eigenen Arbeit, ich habe auch zweitberuflich angefangen. Das ist aber auch ganz schön, dass das jetzt sich auch in den normalen Arbeitszeiten bei mir bewegt. Aber das muss halt wirklich jeder Berater für sich dann auch erkennen. Für mich ist wichtig, dass dieser Kontext, das kommt vom Arbeitgeber, dann auch herausgestellt wird. Und dann stellt sich eigentlich die Frage nicht, weil es da wirklich betrieblich anders ist. Das ist auch eben während der Arbeitszeit stattfindet. Wenn wir jetzt mal weg von, ich sage mal, eher emotionalen Ebenen, sitze ich dem gegenüber, stimmt die Chemie und sowas, zu so ein paar Vorbereitungsfakten komme, da fällt mir halt immer so das Thema Mitarbeiterdaten-Gehaltsabrechnung ab ein. Was natürlich, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Bekomme ich Daten vorher? Wenn ja, welche? Brauche ich da irgendwelche komplexen Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber? Und was ich immer unheimlich wichtig fand, war, was hat der denn eventuell schon? Also ich glaube, das lassen die meisten außer Acht, wenn es um das Thema BAV-Beratung geht, und das sind jetzt nicht solche Profis, wie du sehr bist, zu berücksichtigen, was gibt es denn eventuell schon? Und da fällt mir immer so der Klassiker ein, wenn ich auch gerne bei den Advisor-Schulungen von unserem Beratungstool zitiere und sage, naja, hat der Mitarbeiter so einen 40b-Vertrag, der immer im November mit dem Weihnachtsgeld bezahlt wird, und ich berate ihn jetzt im August mit der Juli-Abrechnung, dann werde ich den da nicht finden. Also was sind so denn deine Basics, wo du sagst, die frage ich immer ab, oder das sind Dinge, die brauche ich vorweg auf jeden Fall an Informationen? Ja, da kann ich nur von meiner Warte aussprechen. Ich weiß, dass es da andere Vorgehensweisen gibt, und Profi hin, Profi her, ich habe vorab keine weiteren Informationen. Ich habe keinen, also außer einem Namen und einem Stammdatenblatt, was der Mitarbeiter aber selber uns gegeben hat. Das ist unser Prozess. Wir nennen das Auskunftsbogen, da hat er seine persönlichen Daten angegeben, da hat er übrigens auch angegeben, wenn er von einem anderen Unternehmen kommt und neu in das Unternehmen eingetreten ist, ob er schon eine bestehende BAV mitbringt, die vielleicht, also ihn interessiert, wie kann ich die integrieren? Das sind Informationen, die habe ich vorweg. Ich habe aber keine Gehaltsdaten, ich habe keine weiteren Informationen, ob schon eine uralt 40b-Versorgung beim gleichen Arbeitgeber da ist. Das habe ich alles üblicherweise nicht. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, je nachdem, was für ein Setting man auch bei dem Kunden übernimmt. Und ich habe inzwischen nicht nur mehrere hundert, sondern auch vierstellige Beratungen durchgeführt. Ich meine, das Tool gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile und ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der auch damit begonnen hat zu arbeiten. Und ich kann inzwischen so schnell die Daten von einer Gehaltsabrechnung erfassen und im Gespräch aufnehmen, um sie dann wiederum zur Kontrolle dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu zeigen, dass mich das nicht aufhält. Und das kann ich auch in das Beratungsgespräch integrieren. Und das ist ja auch der Bereich, wo du es erst mal so etwas wie Vertrauen aufbaust, wo du deine Fachkenntnis auch schon so ein bisschen zum Besten geben kannst, durch gezielte Fragen und so weiter. Das mache ich tatsächlich alles ganz neu, ohne dass ich vorab Informationen habe. Die einzige Information, die ich vorab habe, ist, welches Gehaltsabrechnungsblatt die quasi haben, also mit welchem Dienstleister die zusammenarbeiten, genau welches Layout letztendlich. Das wird in einem Grundsetting auch im Advisor ja hinterlegt. Das weiß ich vorher, da gibt es wenige, aber ab und zu mal auch so spezielle Ausnahmen, wo man dann genau gucken muss, wo steht denn die Steuerklasse, wo steht Kinderfreibetrag und vielleicht auch die Krankenkasse. Aber da fuchst man sich auch dann einfach über die Zeit rein. Private Krankenversicherungen machen manchmal noch so ein bisschen ein Problem. Da versuche ich dann aber auch durch die Erfahrung und auch durch Rechenschritte, mich möglichst dem Ergebnis zu nähern. Am Ende steht aber immer, dass der Vergleich, guck mal, das ist die Abrechnung, die du gerade in der Hand hältst, lieber Mitarbeiter, und das ist die, die jetzt hier aus dem Advisor rauskommt, dann weiß der schon, okay, das sieht nicht nur gleich aus, sondern es sind auch die gleichen Zahlen. Und vor allem, ich übernehme ja nicht alle Zahlen, sondern ich übernehme ja nur die Zahlen, die relevant sind. Der Rest ist ja im Advisor programmiert hinterlegt. Und es ist ja nicht, dass ich jede einzelne Zahl übernehme, wie viel Krankenversicherungsbeitrag, wie viel Rentenversicherungsbeitrag und Arbeitslosenversicherungsbeitrag da drin steckt. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und ja, dann kann ich weiter dann individuell die Dinge abfragen. Übrigens auch, ob schon eine bestehende BAV da ist. Das kommt ja dann auch in den Fragen zu dem jeweiligen Arbeitnehmer, zu den Stammdaten, kommt das ja mit dazu. Ja, aber das zeigt schon auch für mich so ein bisschen deine Routine, wenn du sagst, du kannst das innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit auch abbilden. Da haben wir in der Tat häufig auch Support-Anfragen. Woran kann es denn liegen, dass die Gehaltsabrechnung nicht stimmt? Das heißt für mich auch immer, wenn man das so ad hoc macht, sollte man sich da vorher mit beschäftigen. Absolut. Und vielleicht auch mal den ein oder anderen Probe durchlaufen machen, wenn man da noch nicht ganz so routiniert ist wie du. Aber man spart sich natürlich auch eine aufwendige Vorbereitung mit irgendwelchen Datenschutzerklärungen und ähnlichen Themen oder vielleicht sogar Pannen an der Stelle, dass irgendwie Mitarbeiter sagen, ja, wieso hat jetzt der Mann da von der Versicherung meine ganzen Daten schon? Alles schon passiert. Also insofern, ich kann dieses Verfahren völlig nachvollziehen. Und wenn man dann die Erfassung im Griff hat, so wie du, dann kann man ja die zwei, drei Minuten dafür auch wunderbar nutzen, um den Mitarbeiter kennenzulernen. Ja, das ist aber natürlich auch der Erfahrung geschuldet. Ich habe am Anfang auch mit dem Support, den du gerade erwähnt hast, habe ich auch ein bisschen ausprobiert, um so die Kleinen, es gibt nur wenige, aber ab und zu tauchen sie auf, so ein paar kleine Klippen, wie man da drumherum fahren kann. Und das kenne ich. Und das ist aber wahrscheinlich in jedem, nennen wir es Handwerk so, dass du dein Werkzeug beherrschen musst. Und auch mit einem Hammer kann man sich ordentlich auf den Finger hauen. Oder man hat halt so lange versucht, den Nagel ordentlich da reinzuhauen, dass man sich nicht mehr auf den Finger klopft. Und so ähnlich ist es halt hier auch. Auch es tut nicht ganz so weh, wenn du was falsch machst wie mit der Mama. Aber das ist halt das, was wichtig ist, dass du ein Tool beherrschst. Und es ist trotzdem extrem bedienerfreundlich. Das muss man ja schon auch sagen. Ja, jetzt sind wir quasi schon mitten im Gespräch drin gewesen, wie wir die Daten erfassen. Ich denke, alles, was danach kommt, da haben wir auch noch mal ein schönes Video mit meiner Kollegin, der Anna Schmidt, gemacht, wie so eine Beratung ablaufen kann. Wie gesagt, das war jetzt letztendlich einfach mal ein Einblick, so wie du es machst, wie ich es persönlich auch sehr gut finde. Jeder sollte, glaube ich, auch einfach seinen Weg finden, mit dem er sich wohlfühlt. Jeder Arbeitgeber, wie du schon gesagt hast, hat verschiedene Herausforderungen und Besonderheiten, auf die man auch eingehen muss. Aber es sind eben die Feinheiten und die Vorgehensweise, mit welchen Menschen spricht man zuerst. Wie ist die Botschaft vor allem, dass der Arbeitgeber eben eigentlich derjenige ist, der die Botschaft sendet. Und wir als Vermittler sind nur die Überbringer. Ja, bleibt mir nur zu sagen, Martin, vielen herzlichen Dank, dass du uns da mal einen Einblick verschafft hast, wie du so ein Gespräch vorbereitest, welche Kanäle es gibt und wie unterschiedlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein können. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Sven. Und Ihnen, ja, hoffentlich eine Inspiration für Ihre Vorbereitungen auf die nächsten BAV-Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.